Das ist die kleine Bea. Sie ist circa ein halbes Jahr alt und lebt schon mit den großen Hunden im Rudel. Muss sich da, was das Futter betrifft, immer ein bisschen behaupten, aber ansonsten ist sie eine sehr unterwürfige, umgängliche Hündin, sowohl bei anderen Hunden als auch bei Menschen. Ich denke, sie würde sich in jedes Familienleben gut eingliedern, weil man ihr eine klare Führung gibt, an der sie sich orientieren kann. Sie ist eine sehr angenehme Hündin, sie hat uns sofort angesprochen und sie geht nur bei den großen Hunden immer ein bisschen unter, deswegen ist es uns wichtig,